Wer bin ich? Ich bin... Ein Typ, der eigentlich gar keine Ahnung hat, was er den ganzen Tag machen soll und deswegen gibt es Videos. Nein, jetzt mal im Ernst. Mein Name ist Justus und ich liebe es einfach GTA 5 zu spielen, beziehungsweise Videos davon zu produzieren. Auf meinem Kanal findet ihr Videos mit Infos über Updates, beziehungsweise Update-Vorstellungen. Es für 1,7 Millionen GTA-Dollar zu erwerben. Top 5 Videos, zum Beispiel die Top 5 besten Secret-Locations. Auf Platz 4 habe ich das Flugzeug gefragt. Glitche für Geld, Kleidung oder Spaß. In diesem Video zeige ich dir ein Glitch, wie du den Flugzeugträger in eine beziehungsvolle Lobby bekommen kannst. Natürlich dürfen GTA 5 Online-Let's Plays nicht fehlen. Oh, da will ich mich auch noch. Und wenn ich Lust habe, gehen wir auch in GTA 5 LSPD-FR auf Streife. So, ich hoffe, hier meine Kollegen überfahren jetzt nicht einfach hier unsere Gefangene. Außerdem gibt es bei mir Tipps und Tricks, um besser in GTA 5 zu werden. Trick Nummer 1 ist für das Dantrennen. Und eine Playlist mit dem Namen Trash. Dort schaue ich mir kostenlose Spiele an und überlege mit euch zusammen, ob diese Spiele Müll sind oder eigentlich ganz geil. Ah, das Spiel ist einfach nur krank. Ja, das ist krank, aber kein Problem. Außerdem sind extrem viele Projekte geplant, wie zum Beispiel Battlefield 1. Gönn dir einfach mal ein paar Videos und wenn dir meine Videos gefallen, würde ich mich sehr über ein Abo oder das ein oder andere Like freuen. Außerdem hoffe ich, dass ich dich öfters auf meinem Kanal begrüßen darf und sage dir mit Ciao. Haut rein! Auf Wiedersehen!